Wir wollen einander nicht mehr als Gegner in der Konkurrenz um Arbeitsplätze, mehr Geld, Rohstoffe auf der anderen Seite der Karte oder Erzfeinde aufgrund von Religion, Ethnie oder Nationalität sehen. Das Ziel, dass also die Liebe wirklich frei ist, dass die Sexualität wirklich frei ist, das ist ein ganz heeres und ein ganz wichtiges und ein ganz zentrales für das Menschenglück. Wenn ich halt mich frei entfalten kann in der Gesellschaft, nur dann kann auch die Kultur als Ganzes wieder wirklich erblühen. Nicht wir brauchen, sondern wir kämpfen für ein neues Verhältnis zu unseren Körpern und zu unserer Gesundheit. Tag auch. Willkommen bei Über Tage, dem anarchistischen Podcast. Heute in der 61. Folge bei Über Tage sprechen wir darüber, wofür wir eigentlich kämpfen. Und das wollen wir in einer einfachen, verständlichen Übersicht machen. Wir sind ein bisschen darauf aufmerksam gemacht worden, dass ein Hörer oder Hörerin uns so ein bisschen, ja, weiterempfehlen wollte an jetzt bisher nicht linkspolitische Leute, beziehungsweise auch einfach mal eine Folge von uns weitergeben wollte, die übersichtlich bereithält, wofür wir so einstehen, wofür wir eben kämpfen. Und dann haben wir doch gedacht, ey, das machen wir doch mal, dass wir da eine gute Übersicht bereithalten, die ihr einfach allen Leuten schicken könnt, die sich dafür interessieren, wofür Anarchistenen so einstehen. Wir sprechen auch häufig, das ist auch so ein bisschen so ein linkes Ding an sich, nur darüber, wogegen wir kämpfen, wogegen wir stehen. Oftmals ergibt sich natürlich auch aus, ja, dem Ablehnen des Bestehenden dann auch, wofür wir einstehen. Aber wir denken eben auch, es ist wichtig, das nochmal explizit zu tun und explizit herauszustellen, wofür wir einstehen, weil daran müssen wir uns letztendlich auch messen lassen, dass wir verständlich artikulieren können, wohin wir wollen und wie wir dahin gehen wollen. Wir werden auf viele Punkte natürlich nur ganz kurz eingehen, die wir in anderen Folgen sehr ausführlich besprochen haben, oder ausführlich her. Und da werden wir auf jeden Fall immer wieder Empfehlungen geben, wo ihr zu einzelnen Punkten, wenn euch das tiefergehend interessiert, dann nochmal reinhören könnt. Wir haben das heute untergliedert in verschiedene Bereiche. Wir werden zuerst darüber sprechen, die Möglichkeit wirklich mitzubestimmen, ein neues Verhältnis zu unserer Welt, ein neues Verhältnis zueinander und uns selbst und ein Ausbruch aus dem Teufelskreis. Das sind unsere Oberthemen heute und ich würde sagen, wir starten dann auch direkt durch mit die Möglichkeit, wirklich mitzubestimmen. Ja, und das Ganze möchte ich doch am liebsten am Anfang mal mit einer Frage beginnen. Geht doch einfach mal in euch und fragt euch, was könnt ihr eigentlich alles wirklich in eurem Leben jetzt so mitbestimmen? Und da fällt einem ja auf, wenn man dann wirklich mal in sich geht und sich vor Augen führt, wo man wirklich Kontrolle in seinem Leben drüber hat. Ist das wirklich eine verdammt kleine Zahl an Dingen, die man wirklich mitbestimmen kann? Und häufig sind dann selbst noch diese eigentlich eine ziemliche Illusion. Eine Wahl zwischen Kinder- oder Milka-Schokolade, eine Wahl bei dem einen oder anderen Kapitalisten für Mindestlohn zu schuften. Was wir wirklich wollen, ist, dass bei diesen ganz zentralen Fragen, bei denen eben der Kapitalismus uns keine Wahl, keine Möglichkeit mitzubestimmen gibt, wir entscheiden können. Und das ist allen voran eben, wie wir unsere Arbeit verausgaben, was für einen Job, um es mal kapitalistisch zu sagen, wir uns wählen, eine Aufgabe für unser Leben und wie diese Produkte, die am Ende aus dieser Arbeit entstehen, verbraucht werden und verteilt werden. Und das wollen wir nicht nur alleine. Es geht uns nicht darum, einfach nur eine noch kleinteiligere Konkurrenzgesellschaft zu schaffen, sondern das wollen wir mit allen zusammen. Denn diese ganzen Früchte unserer Arbeit sind nicht nur unsere Früchte, sondern die der gesamten Gesellschaft. Denn sie entstehen aus der gleichen Welt, die wir uns alle teilen. Und das ist wirklich das, wofür wir in unserem Kampf für Mitbestimmung, für Freiheit, für die wirkliche Möglichkeit einer Wahl als Anarchisten kämpfen. Ja, was wir damit auch eben explizit meinen, ist, dass wir im wortwörtlichen Sinne entfremdet von dem sind, wie also dann letztendlich diese ganzen Produkte, die wir konsumieren, auf unseren Tellern oder in unseren Kleiderschrank und so weiter gelangen. Klar kann man mal irgendwie von der Volkshochschule eine Betriebsführung durch irgendeinen Betrieb machen oder sowas in der Richtung. Aber wirklich zu sagen, ich habe die freie Wahl, in alle Produktionsbereiche, die es eben gibt, wo ich mich sehe, wo ich mitgestalten möchte, hineinzuschauen, dort mitzuarbeiten, mich da einfach einzuarbeiten, ist eben nicht so einfach möglich. Und wir können auch nicht einfach so über diese ganzen Produkte entscheiden, was also damit passiert, weil wir nun mal in einer Gesellschaft leben, die auf dem Eigentumsrecht beruht. Alles gehört eben irgendwem, alles liegt in der Hände, in den Händen meistens weniger Leute, sowohl die Produkte, die produziert werden, als auch die Gerätschaften und die Ländereien und die Fabriken, die dazu nötig sind, um diese Produkte herzustellen. Und darum geht es eben auch, dass wir dieses Eigentum, was aktuell sehr wenigen gehört, in sehr wenigen Händen liegt, dass wir das auf uns alle verteilen und wir alle mit entscheiden, wohin ist eben mit dann in Anführungsstrichen diesem Volkseigentum, wohin es dann damit geht. Und ich finde, ganz häufig sind wir dann auch schon so weit von diesem Gedanken eigentlich weggekommen, weil wir es logischerweise für so alltäglich und so normal halten, weil wir eben unser ganzes Leben, zumindest die allermeisten Menschen auf der Welt eben im Kapitalismus aufwachsen und die ganze Zeit auch mit seiner Ideologie konfrontiert sind, wie wichtig es eigentlich als Mensch ist, seine Arbeit so verausgaben zu können, wie man will und auch darüber entscheiden zu können, was mit dem Produkt ist. Und du hast ja gerade schon dieses unfassbar wichtige Stichwort der Entfremdung angesprochen. Einfach den allergrößten Teil unseres Lebens nimmt eben diese Arbeit ein und es ist so absurd, es ist so menschenverachtend, dass wir nicht darüber entscheiden können, dass wir da dann komplett von diesem Prozess entfremdet werden. Aber es geht uns natürlich nicht nur darum, in dem Bereich der Produktion mitzubestimmen, sondern es geht auch darum, diese als selbstverständlich und naturgegeben hingenommene Normalität in Frage zu stellen, dass wir regiert werden, dass wir lediglich Repräsentanten ernennen, die dann für uns Entscheidungen fällen. Also wir leben ja in einer parlamentarischen Demokratie und hier wird uns gesagt, gut, das Volk regiert, das Volk herrscht. Das wissen dann denke ich, was alle von uns ist, dass das eine Lüge ist. Wir haben keinen direkten Einfluss auf die Entscheidungen, die getroffen werden, auf die wirklich wichtigen Entscheidungen, die alle unsere Leben betreffen, sondern wir haben nur die Wahl, eben irgendwelche Leute, die wir zum größten Teil in der Regel nicht kennen, zu bestimmen, die uns sagen, dass sie das und das machen würden, aber an keinerlei Verpflichtung daran geknüpft sind und es auch keinerlei Konsequenzen dafür gibt, wenn sie es nicht tun. Und uns geht es eben darum, das zu durchbrechen, dass wir also ein System haben, wo wir wirklich diese Form der insozialisierten Herrschaft, wo wenige über uns alle bestimmen, wo Gesetze, die uns alle betreffen, von wenigen beschlossen werden. Es geht darum, eine horizontale Entscheidungsfindung zu definieren, wo wir alle zusammen über die Lebensbereiche, die uns betreffen, über die Regeln und Vereinbarungen, die in der Gesellschaft wichtig sind, zusammen entscheiden, diese zusammen definieren. Ja, und genau da geht es ja dann auch darum, dass eigentlich das allererste Mal wirklich in unserem Interesse gehandelt und entschieden werden kann. So wie es jetzt ist, ist es halt so, dass nur aus uns externen Interessen eben von den PolitikerInnen, von den KapitalistInnen und deren Berechnung gehandelt wird. Und wir wollen wirklich, dass das erste Mal nicht dieser Entscheidungsprozess orchestriert wird, damit eben wir eigentlich das okay geben, um deren Interessen zu dienen, sondern dass dieser Entscheidungsprozess das erste Mal wirklich uns und unseren Interessen dient. Und das ist es letztendlich auch, was für uns wirkliche Freiheit ausmacht. Klar, Freiheit, das ist ein Begriff, den schreibt sich jede politische Weltanschauung auf die Fahne. Irgendwelche Faschisten ziehen noch unter der großen Losung der Freiheit in diverse Kriege und verüben die brutalsten Verbrechen. Aber wenn wir von Freiheit eben sprechen, dann meinen wir eine bedingungslose Freiheit. Dann meinen wir, dass wirklich, ja, das Menschengeschlecht ungebändigt sein soll von eben der menschengemachten Herrschaft. Und das finde ich auch nochmal an der Stelle wichtig zu sagen. Es ist eine menschengemachte Herrschaft. Es ist kein Naturgesetz, sondern wir sind in der Lage oder wären in der Lage auch auf einer gesellschaftlichen Ebene zusammen ohne künstliche Hierarchien, weil normale Hierarchien gibt es immer. Es gibt immer Fähigkeiten-Hierarchien in dem menschlichen Zueinander. Es gibt immer bestimmte Leute, die dann in bestimmten Entscheidungsbereichen oder bestimmten Situationen einfach mehr Zeit aufwenden können oder sonstige Dinge, die uns unterscheiden. Aber es gibt halt eben auch eine ganze Menge und darum geht es uns eben von diesen Hierarchien, die künstlich geschaffen werden, wo uns gesagt wird, es braucht also das Menschenwolf. Es braucht dort einen Führer. Es braucht dort einen Bürokraten. Es braucht dort einen Menschen, der über den anderen steht, weil die anderen seien nicht mündig genug oder es sei zu gefährlich, die Menschen ohne diesen Führer walten zu lassen. Und dem stehen wir dem entschieden entgegen. Ja, und ich finde, bei dem ganzen Vorhergesagten zeigt sich ja auch schon so ein bisschen, was eben diese Möglichkeit wirklich mitzubestimmen für uns bedeutet. Ich möchte es da mal eben ganz frei eigentlich nach Bakunin sagen, dass es sowohl diese Freiheit der Wahl innerhalb des Systems braucht, aber eben auch diese sozialistische, diese gemeinschaftliche Wirtschaft, wo wir eben gemeinsam über Ökonomie, über Produktion und Verteilung entscheiden können. Denn solange wir nicht wirklich auch die Möglichkeit der Wahl innerhalb dieses Systems haben, wird es immer dazu führen, dass es eine Akkumulation von Macht, von Machtmitteln, auch wieder von Ressourcen geben wird. Und genauso ist diese Freiheit, wie du gerade schon gesagt hast, wie sie dann von diversen Leuten und auch vor allem eben vom Kapitalismus propagiert wird, ohne eben diese materielle Grundlage einer gemeinschaftlichen Ökonomie einfach nur pure Freiheit als Konkurrenzsubjekt sich möglichst stark jetzt gegen alle anderen durchzusetzen. Und weder das eine noch das andere wollen wir, sondern wir wollen Freiheit und wir wollen Sozialismus. Und an der Stelle möchte ich das auch nochmal betonen, weil wir das auch, denke ich, nicht so häufig im Podcast gemacht haben. Aber Freiheit und Sozialismus bedeutet eben auch, dass es keinen Staat geben darf. Und dass unser Sozialismus, wie wir ihn uns wünschen, den Weg, den wir gehen, ein gänzlich anderer, ein gänzlich verschiedener zu den sozialistischen Gesellschaftsversuchen ist, die es also bisher auf der Welt zum größten Teil gab. Und es ist zu Recht so, dass die Mehrheit der Menschen eine große Skepsis gegenüber dem Realsozialismus hat und eine große Ablehnung dem gegenüber hat. Aber wir denken eben, wenn man also einen sozialistischen Weg konsequent mit der Freiheit verbindet, konsequent mit der Selbstverwaltung der Menschen verbindet und den Staat in seiner Gänze negiert und gegen ihn konsequent vorgeht, dann sind wir uns also sicher, dass eine andere Welt in diesem Sinne möglich ist. Ja, und wie schon am Anfang angekündigt, haben wir euch zu diesem Aspekt zwei Folgenempfehlungen aufgeschrieben. Und zum einen ist das unsere 20. Folge zu Imperialismus, warum wir von Imperialismus sprechen. Ich finde, diese Folge ist ein sehr gutes Beispiel und gerade am Imperialismus können wir eben so gut sehen, wie ein Staat meint mit unserer Legitimation in seinem Interesse eigentlich die Leute, die uns am nächsten sind, die arbeitende Bevölkerung eines anderen Landes auszubeuten, für seine Kapitalinteressen einzuspannen und uns selber dann ganz häufig auch noch als Fußsoldaten, wenn es eben nicht über NGOs oder wirtschaftlichen Einfluss funktioniert, sondern es eben diese militärische Druckmacht braucht, uns dann noch dort verheizt, um im Endeffekt unsere Geschwister auf der anderen Seite der Grenze dann niederzumetzeln. Ja, und da haben wir natürlich auch ein paar aktuelle Folgen zum Imperialismus produziert, jetzt anlässlich des Ukraine-Krieges, zum NATO-Imperialismus, zum russischen Imperialismus und auch zu Afghanistan-Imperialismus, woran man das wirklich schön sehen kann und da auch wirklich ein bisschen tiefer eintauchen kann in diese Thematik. Außerdem möchten wir euch noch die Folge 33 empfehlen, Parlamentarismus und Bundestagswahl 2021. Ja, da gehen wir einfach nochmal genauer auf dieses Verhältnis vom Staat zu seinem Staatsvolk ein, zu diesem Verhältnis von, was Parlamentarismus bedeutet und ob es wirklich also die sogenannte und beschriebene Volkswirtschaft beinhaltet, darüber sprechen wir dort in dieser Folge nochmal genauer und da könnt ihr nochmal reinhören, wenn euch das weitergehend interessiert. Ja, und unser zweites großes Thema ist ein neues Verhältnis zu unserer Welt. Das ist was, was glaube ich vielen auch ein bisschen inhaltlich abhandengekommen ist oder was gar nicht mehr so klar auch in der Klimabewegung, zumindest so wie ich es wahrgenommen habe, formuliert wird. Aber wofür wir wirklich kämpfen, wenn wir uns an Klimakämpfen beteiligen, wenn wir uns an Kämpfen gegen Kohlekraft, Gaskraftwerke etc. beteiligen, dann ist es dafür, unsere Umwelt als ein Teil von uns zu begreifen und nicht mehr von uns abgespalten zu sehen, als ein reiner Ort, den wir ausbeuten können, beziehungsweise den wir im Auftrag der anderen und ihren Kapitalinteressen ausbeuten sollen. Ja, weil es muss einfach immer wieder deutlich gesagt werden, dass alle Systeme der Herrschaft und gerade natürlich speziell der Kapitalismus zerstören unsere Welt, zerstören unsere Lebensgrundlage und haben das auch schon immer getan. Zu allen Zeiten, wo die Herrschaft gewütet hat, in all seinen verschiedenen Facetten ist genau das passiert. Nur eben jetzt gerade in einer unfassbar ausgeprägteren Form, weil der Kapitalismus jetzt ein weltumspannendes System ist, der in alle, fast alle Bereiche dieser Welt vorgedrungen ist und auch die Menschheit an einem sehr weit entwickelten Punkt technologisch und von ihrer Ausbreitung her in der Natur ist. Diese Zerstörung muss also aufgehalten werden. Wir wollen eine nachhaltige ökologische Entwicklung garantieren und wir denken eben, dass das nur in einem Szenario funktioniert, wo wir eben das, was wir am Anfang beschrieben haben, ja selber entscheiden, was mit dann halt eben unserer Lebensumgebung passiert, wie wir zusammen produzieren, wie wir zusammen wirtschaften. Da eben keine Kapitalinteressen eine Rolle spielen oder andere Herrschaftsinteressen, wo man dann irgendwie aufrüsten muss gegen einen anderen Staat oder was auch immer, sondern wir das eben selbstbestimmen. Und ich denke, wenn wir das selbstbestimmen, wie wir produzieren, wie wir leben mit der Natur und in der Natur, dann ist es doch klar, dass die Mehrheit der Menschen dann ein großes Interesse daran haben wird, diese zu schützen und diese Lebensgrundlage zu halten und wertzuschätzen, weil wir nun mal davon abhängig sind, weil wir nun mal damit leben. Und wenn wir nicht mehr so komplett entfremdet von diesem Arbeitsprozess sind, wie unsere Produkte und so weiter hergestellt werden, dann ist auch der ökologische Aspekt da drin ein viel, viel größerer. Ja, denn das kann man, finde ich, auch wirklich nicht oft genug betonen, dass eben dieses Naturverhältnis, das, was so viele dann auch immer gerne so ein bisschen jetzt schon kritisieren mit so einem Ja, es ist ja furchtbar, wie die Leute in der westlichen Welt auf die Natur schauen und wie viele sich dann dazu verhalten, total egoistisch und scheißen ja darauf, wenn sie dann eben den Flieger nehmen und mit dem Auto schnell auf der Autobahn fahren und Fleisch essen. Aber man muss doch wirklich sagen, dieses Naturverhältnis, das entstammt nun mal dieser Produktionsweise. Dieses Verhältnis, was wir eben zu unserer Umwelt haben, das ist nicht einfach, weil es eine kollektive Massenwahn gibt eben und alle Leute einfach vergessen haben, sich mal ein Sonnenblumenfeld zu legen und selber ihre Nahrung zu sammeln. Nee, das entsteht aus dem, wie der Kapitalismus, wie Staaten auf dieser Welt mit ihrer Umwelt umgehen. Und das tun sie nicht einfach nur irgendwie so, weil sie bösartig sind, sondern das tun sie, weil ihre Interessen, weil diese Marktgesetze sie dazu anhalten. Und das ist eben genau das, was wir nicht wollen. Und das finde ich, hast du gerade richtig gesagt, es ist eben diese Änderung der Produktionsweise, die auch dazu führen wird, dass wir wieder ein gesundes Verhältnis auf Augenhöhe zu unserer Umwelt gewinnen können und sie eben nicht mehr als Teil außerhalb von uns, sondern von uns sehen. Ja, hört da auch gerne zu dieser Thematik nochmal in die Folge 34 zur grünen Partei rein, die wir dann im Anschluss an die vorher schon empfohlene Folge 33 gemacht haben, anlässlich der Bundestagswahl 2021. Da haben sich, denke ich, auch einige Vorhersagen und Gedanken, die wir da getroffen haben, jetzt doch sehr deutlich bewahrheitet mit der Etablierung der grünen Partei als Regierungspartei. Und die Folge 51, die unbekannten Folgen von Umweltzerstörung, wo wir einfach nochmal auf eben das, was schon im Titel steht, eingehen. Ja, und nicht nur zur Natur, sondern auch zueinander, zu unseren Mitmenschen, aber auch zu uns selbst wollen wir ein neues Verhältnis gewinnen. Und wie schon am Anfang einmal gesagt, kämpfen wir dafür wirklich miteinander, und das möchte ich an diesem Punkt nochmal betonen, miteinander als Gesellschaft, unsere Leben, unsere Ökonomie zu gestalten. Wir wollen einander nicht mehr als Gegner in der Konkurrenz um Arbeitsplätze, mehr Geld, Rohstoffe auf der anderen Seite der Karte oder Erzfeinde aufgrund von Religion, Ethnie oder Nationalität sehen, sondern wir wollen, genauso wie wir die Umwelt als Teil von uns wieder begreifen wollen, auch dieses neue Verhältnis zu unseren Mitmenschen haben und sie auch als Teil von unserem gemeinsam geschaffenen Reichtum, den wir alle auf dieser Welt erarbeiten sehen. Anarchismus ist an der Stelle auch etwas, was vom Individuum ausgeht und dann eben sich ausbreitet auf das Kollektiv der Menschheit an sich. Es ist auch einfach ein Ausgangspunkt von, wie möchte ich mich verhalten gegenüber anderen Menschen? Wie möchte ich behandelt werden? Was mache ich für andere Menschen? Dieses Prinzip der gegenseitigen Hilfe, die Solidarität zwischen den Menschen zu verinnerlichen und auch schon ein Stück weit natürlich im Jetzt zu leben. Und das ist auch, denke ich, etwas, wo man dann auch an sich selbst schon sehr viel an Entwicklung praktizieren kann, wo man an sich selbst auch schon ein Bewusstsein erzeugt. Gleichzeitig ist es natürlich auch die Einsicht, hey, wir können das nicht alleine schaffen. Wir können nicht, wie gesagt, alleine das irgendwie verwirklichen und da für uns selbst auf einer einsamen Insel irgendwas da gestalten, sondern funktioniert dann auch nur, wenn natürlich wir das zusammen machen und auch andere diesen gleichen Prozess wie wir vollziehen. Ja, und natürlich verstehen wir auch, dass wir das nur miteinander als Gesellschaft machen können, weil wir eben diese Grundlage dafür schaffen müssen. Weil das ist, glaube ich, auch ganz zentral, was eben auch immer diesen Liberalismusvorwurf, der häufig gegenüber dem Anarchismus gebracht wird, entkräftet. Denn uns geht es nicht nur darum, dass wir in unserem Kopf eben diese ganzen schlechten Verhaltensweisen vertreiben und eine neue Art, miteinander umzugehen zu lernen. Das ist verdammt wichtig. Das ist vor allem auch wichtig, um eben zu erlernen, ja, wie werden wir uns denn in dieser neuen Gesellschaft verhalten? Weil es ist keine Frage, es wird Nachwehen von eben der alten Gesellschaft geben. Wir haben über Jahrhunderte uns das jetzt antrainiert, uns so zueinander zu verhalten. Aber trotzdem verstehen wir einfach, dass das, was wirklich dazu führt, dass wir dort ein neues Verhältnis zueinander gewinnen, dass wir unsere Beziehung anders gestalten können, ist eben diese materielle Grundlage einer anderen Gesellschaft, einer anderen Ökonomie und einer anderen Gestaltung unserer Leben zu schaffen. Du hast es ja gerade erwähnt mit der Religion, der Ethnie oder Nationalität. Ich denke, dass der Anarchismus auch wissenschaftlich orientiert ist. Das meine ich jetzt nicht in dem Sinne vielleicht, wie Wissenschaft heute in ihrer Gänze funktioniert. Es gibt, denke ich, ein paar Grundsätze von Wissenschaft, die einfach wichtig sind, auf der wir auch eine neue Gesellschaft anders aufbauen können. Also, dass man eben eine Gesellschaft nicht anhand von Glauben, von irgendwelchen künstlichen Konstrukten oder so aufbaut, sondern versucht eben, ja, wie die Welt funktioniert, wie die Dinge beschaffen sind, wirklich zu ergründen, da immer kritisch zu bleiben und dann im Sinne des Menschenglücks technische Errungenschaften und Errungenschaften anderer Natur herzustellen und allen zur Verfügung zu stellen. Und ich denke eben, dass so Religion und Nationalgefüge, dass das oft eben etwas ist, was gerade dem Fortschritt und so einer wissenschaftlichen Grundierung einer Gesellschaft auch entgegensteht. Wie gesagt, ich möchte nur noch betonen, Wissenschaft auch natürlich hinterfragt und Wissenschaft auch anders gedacht und losgelöst eben von Kapitalinteressen, weil das ist ja auch in der heutigen Gesellschaft genau das Problem auch, dass eben auch Wissenschaft natürlich nicht vollkommen frei ist. Ja, und in Bezug auf Wissenschaft hast du dann natürlich recht. Das muss man ja bei all diesen Aspekten sagen, das ist alles nichts, was wir einfach abschaffen wollen, sondern das existiert logischerweise auch in einer anarchistischen Gesellschaft, in einer freiheitlichen sozialistischen Gesellschaft, aber eben in unserem Interesse, in dem Interesse aller Menschen. Und so ist es auch noch bei, und das ist natürlich auch noch bei einem anderen ganz großen Aspekt und das ist eben das Verhältnis zwischen den Geschlechtern, die wirklich freie Entfaltung von Liebe, Sexualität und einer eigenen geschlechtlichen Identität. Denn das kann man auch gerade aus einer anarchistischen Perspektive nicht oft genug betonen, wie wichtig eben das Patriarchat in der jetzigen Gesellschaft ist und wie sehr es auch dazu führt, dass eben nicht nur aufgrund von Rassismus, von Ethnie, von Nationalität und Religion Leute in eine bestimmte Kaste so gesehen abgeschoben werden, sondern dass das natürlich auch gerade mit den Geschlechtern und eben da auch mit der Unterdrückung der Frau passiert. Durch eben diese Schaffung dieser materiellen Grundlage, aber auch dem Erlernen eines neuen Verhältnisses dazwischen den Geschlechtern, wollen wir wirklich da eine Gesellschaft schaffen, in der eben alle Mitglieder, egal welchen Geschlecht es, frei leben können, frei entscheiden können und sich eben nicht mehr nur als Objekte, sondern als tatsächliche Subjekte begegnen können. Eines Tages werde ich aus dem Haus gehen und ich trage mein schönstes Kleid und die Leute, sie werden mich ansehen und Respekt auf ihren Lippen tragen. Das ist ein Zitat aus einem Lied von Früchte des Zorns, mein schönstes Kleid heißt das und ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut. Es geht nicht nur um Respekt. Es geht natürlich nicht nur darum, so anerkannt zu werden, wie man ist oder wie man gerne sein möchte, sondern es geht auch darum, wirklich ein völlig anderes Verhältnis wirklich da zu entwickeln. Da wurde ja, wenn man jetzt so dann nach Deutschland schaut, in den 68ern so extrem viel ausprobiert und aus einer total verkalkten und total eingefahrenen Zeit gab es ja so ein bisschen auch diese sexuelle Revolution und all das. Da ist dann auch natürlich auch viel Scheiße passiert und so weiter, weil nun mal das alles auch geprägt ist, wir auch alles geprägt sind von den patriarchalen Verhältnissen. Und ich finde wirklich das Ziel, dass also die Liebe wirklich frei ist, dass die Sexualität wirklich frei ist, das ist ein ganz hehres und ein ganz wichtiges und ein ganz zentrales für das Menschenglück, weil das nun mal ein ganz wesentlicher Teil davon ist, was uns als Mensch ausmacht. Das ist vielleicht auch nochmal ein Thema, wo wir auch nochmal eine eigene Folge zu machen könnten. Ja, vor allem dann auch vielleicht nochmal dazu direkt auch das Stichwort Reproduktion. Dann etwas schöner ausgedrückt eben Kinder kriegen, als auch ein zentraler Bestandteil von, ich sag's jetzt mal einfach so platt gesagt, da könnt ihr gerne mit mir drüber diskutieren vom menschlichen Wesen. Was das auch bedeutet, wenn das gerade eben für Frauen, die dann eben diese Last der Reproduktion vor allem tragen müssen, wenn das dann wieder frei ist und Kinderkriegen wirklich losgelöst von religiösen, nationalen, staatlichen und kapitalistischen Interessen einfach so das Magische und Schöne ist, was es eigentlich für den Menschen wirklich sein sollte. Das muss ich an der Show auch nochmal wirklich sagen, dass ich das immer so tragisch finde. Wer kennt das halt nicht? Das hat auch meine eigene Mutter gesagt, dass man eigentlich in dieser Welt gar kein Kind setzen kann. Fast jeder sagt das. Und das sagt doch eigentlich alles aus. Wenn man wirklich an der zentralen Punkt, was ja auch einfach in unserer Natur liegt, dass wir uns weiter fortpflanzen wollen, ja, wenn da die Leute sagen, eigentlich kann man doch nichts in diese Welt setzen, kann man doch gar kein Kind in diese Welt setzen, man kann das doch einem anderen Menschen nicht auch noch zumuten, dass man selber die Verantwortung dafür trägt, dass ein anderer Mensch das auch noch ertragen muss. Das finde ich einfach schrecklich. Da muss es auch einfach darum gehen, ja, das auch wieder so frei zu gestalten zu können und dass die Menschen sich so gut und sicher fühlen, dass eben dieser Gedanke gar nicht mehr aufkommt. Und natürlich geht es auch darum, diese Gesellschaft der Gewalt als Ganzes zu hinterfragen. Wir leben in unfassbar gewaltvollen Verhältnissen, selbst in den Regionen, wo es keinen Bürgerkrieg, keine kriegerischen Außensetzungen in dem Sinne gibt, sondern wo es einfach nur, ja, irgendeine Form des Systems der Herrschaft gibt, da werden wir alle in sehr gewaltvollen Umständen sozialisiert. In unterschiedlicher Abstufung natürlich, das hängt dann von ganz vielen verschiedenen Faktoren natürlich ab, aber wir erfahren das alle in irgendeiner Form. Für uns geht es darum, letztendlich die möglichst gewaltfreieste Gesellschaft, die jemals auf dieser Erde geherrscht hat, dann auch zu erreichen. Das ist auch ein heeres Ziel und das ist auch eine Losung von uns. Ja, und was natürlich auch ein neues Verhältnis zueinander und zu uns selbst bedeutet, ist auch eine andere Form von Kultur, eine andere Form von Kunst, eine andere Form von Brauchtum und Tradition. Wir kämpfen ja wirklich dafür, dass Kultur, dass Kunst, dass Tradition, dass regionale Unterschiede wieder uns gehören. Dass wir sie wirklich schaffen, dass das, was wir da machen, eine Verausgabung von uns und den Leuten in unserer Umgebung oder sogar auf der Welt ist. Weil wir wollen nicht eine durchkommerzialisierte Kultur, Kunst und Kultur, Musik, Malerei, Film, die nur dafür da ist, um eben zu einem Produkt zusammengepackt zu werden oder am besten noch auf dem Reißbrett von Leuten in irgendwelchen Hinterzimmern von großen Plattenfirmen oder Studios geplant zu werden. Sondern wir wollen wirklich das alles, aber eben so, dass wir uns darin wiederfinden und dass wir sie wieder als Teil von uns begreifen und nicht einfach nur als etwas, was ich dann abends mal auf dem Fernseher oder auf dem Laptop anschalten kann und, ja, man muss es so sagen, konsumieren kann. Und dafür braucht es auch Freiraum. Dafür brauchen wir auch Zeit und Muße. Das ist ja eben das Ding, wenn ich also auf der einen Seite diese Produktion von all diesen Kunstgütern und diesen Kulturgütern als reine Arbeit machen muss, um überleben zu können. Und wenn ich es auch jeden Tag machen muss, zu bestimmt festgelegten Uhrzeiten oder andersherum, wenn ich den ganzen Tag irgendeine andere Art von Arbeit mache und dann, wie du gesagt hast, einfach nur mich abends auf die Couch fallen lasse, um mich halt von irgendwas berieseln zu lassen, dann ist das ja nicht das, was Kultur eigentlich ausmacht. Dann ist das ja nicht das, was Kultur für uns eigentlich bedeutsam und wichtig macht. Und darum muss es eben auch gehen. Und das funktioniert ja nur, wenn wir nicht mehr acht Stunden am Tag arbeiten müssen. Wenn wir nicht mehr uns den ganzen Tag Sorgen machen müssen, wie wir materiell über die Runden kommen und noch tausend andere Probleme. Hier schreit das Kind, hier ist wieder die Technik im Arsch und ich habe kein Geld mehr, das wieder zu finanzieren. Morgen wieder auf Arbeit und auf dem Weg nach Hause wurde ich irgendwie noch dumm angemacht. Sondern wenn ich halt mich frei entfalten kann in der Gesellschaft, nur dann kann auch die Kultur als Ganzes wieder wirklich erblühen. So ein persönliches Beispiel. Man muss ja wirklich sagen, wir sind, glaube ich, auch in der anarchistischen Bewegung da an einem vergleichsweise guten Punkt, wir beide, dass wir einfach hier mit dem Podcast, mit unserem Social-Media-Projekt was haben, wo wir wirklich auch sagen können, wir selber, also zumindest nehme ich es immer so wahr, ich habe hier was, was ich auch wirklich kulturell schaffen kann, was ich da als Projekt schaffen kann, wo ich mich kreativ verausgaben kann. Aber wie vielen Leuten in dieser Gesellschaft bleibt das verwehrt? Oder wenn überhaupt, wie du gesagt hast, sind sie ein kleines Rädchen in diesem Prozess, wo sie so entfremdet von diesem letzten Kulturprodukt sind. Was weiß ich, als fünfte Person, die irgendwo als Videospieltester dann noch einfach nur an die Ecken von der Rennstrecke fahren muss, um zu gucken, ob es irgendwo einen Bug gibt oder was auch immer. Wo wir wirklich komplett weg sind von dem, was eigentlich so eine kreative Verausgabung angeht. Das ist so schön, finde ich auch einfach, sich mal vor Augen zu führen, wie toll das wäre wirklich, wenn man sich das dann auch so vorstellt, wie Marx das vielleicht gemacht hat mit morgens bin ich Fischer, mittags arbeite ich in einer Fabrik und abends bin ich dann Dichter. Was für Möglichkeiten so eine Gesellschaft uns geben könnte, uns eben in allen Belangen kreativ zu verausgaben. Das finde ich ist wirklich einfach eine sehr schöne Vorstellung. Neben dem, dass ich auch glaube, dass in einer anarchistischen Gesellschaft dann endlich wieder ein neuer, vernünftiger Fallout-Teil auf der Höhe von Fallout New Vegas rauskommen wird und nicht so ein bekacktes MMORPG. Junge. Was ich vielleicht auch nochmal wichtig finde zu sagen, ist auch das ganze Thema der Bildung und der Erziehung, wie wir aufwachsen. Weil ich denke einfach, dass wir alle, wenn wir auf die Welt kommen, in irgendeiner Form hochbegabt sind. Und dass dieses System eben wirklich uns alle in eine Kategorie zwingt und uns dieses ganze Spielerische, dieses ganze Lernen zu wollen, diesen Antrieb und uns zu entfalten, uns das halt eben aktiv abtrainiert. Und dieser gesamte Bereich der Bildung ist ganz zentral und des Aufwachsens und der freien Entfaltung als Kinder schon. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um sich auch eine andere Gesellschaft vorstellen zu können. Ja, und als letzten Teil von diesem Verhältnis zu uns selbst möchte ich noch etwas ansprechen, was auch häufig, finde ich, gerade in linksradikalen Kreisen unterschlagen wird. Und das ist auch einfach das Verhältnis zu unserem eigenen Körper, zu unserer eigenen Gesundheit. Denn so wie es jetzt ist, sehen wir ja wirklich häufig unseren Körper, unsere Gesundheit als reine Ressource, die wir einsetzen müssen, um eben Geld zu beschaffen. Die auch nicht in unserem eigenen Interesse eigentlich ja verausgabt wird, sondern ganz häufig kommt es im Kapitalismus ja dazu, dass wir unseren Körper fast als etwas uns Fremdes wahrnehmen, weil er eben nicht uns selber am Ende des Tages gehorcht, sondern eben den Interessen anderer dient. Und ich finde, das krasseste Beispiel, das haben wir auch gerade schon einmal angesprochen, ist dann auch eben immer die Reproduktion im Kapitalismus, aber auch einfach in dem Selbst, wie wir jeden Tag unsere eigene Gesundheit aufs Spiel setzen müssen bei der Arbeit. Das wird dann, wenn überhaupt, indem, wenn wir heute in so einer liberalen Gesellschaft darüber sprechen, dann eben als Beispiel genommen, ja, die Leute, die in China dann in irgendwelchen Massenfabriken sitzen oder irgendwelche Leute, die in einem x-beliebigen vom Imperialismus betroffenen Land dann seltene Erden oder Kobalt aus irgendwelchen Gruben buddeln, ja, da kann man dann sagen, ja, die werden wirklich, da werden die Körper, da wird die Gesundheit dieser Leute da aufs Spiel gesetzt. Aber es ist doch schon bei uns ganz alltäglich. Da muss man sich doch einfach nur mal die Statistiken angucken, wie viele Leute in Deutschland alleine an Schlafstörungen leiden, wie sie dann durch eben diese schlechte Ernährung, die sie aufgrund dieses unfassbaren Stresses und dieses Drucks und auch diesem beschissenen Angebot dann für sich selber wählen müssen, wie viele da an diversen Herz- und Zuckerkrankheiten leiden. Wem es da noch nicht augenscheinlich genug war, der muss sich ja einfach angucken, wie dieser Start auch mit unserer Gesundheit in der Corona-Pandemie gespielt hat. Und deswegen ist das auch für mich ein total zentraler Punkt zu sagen, wir brauchen da, oder wir kämpfen, nicht wir brauchen, sondern wir kämpfen für ein neues Verhältnis zu unseren Körpern und zu unserer Gesundheit. Wir haben auch hier wieder zwei Empfehlungen für euch. Auf der einen Seite ist es die Folge 18 zu anarchistischer Kultur. Da könnt ihr euch vielleicht noch mal ein bisschen reinhören, wenn ihr da wissen wollt, was wir da im Prinzip innerhalb der anarchistischen Bewegung für Gedankengänge haben, wo wir da eigentlich hinwollen für so eine revolutionäre Kultur innerhalb unserer Bewegung und dann natürlich auch, die ausstrahlt auf die Gesellschaft. Und als zweites hört gerne auch noch mal in die Folge 22 und 23 von uns rein zu dem Thema Kriminalität und Knast. Da sind wir sehr ausführlich noch mal auf die Frage eingegangen, wie wir also mit gewaltvollem Verhalten innerhalb von Gesellschaft, mit Kriminalität innerhalb von Gesellschaft umgehen, wie natürlich jetzt auch dieses System mit diesen Phänomenen umgeht, aber wie wir uns auch vorstellen, wo wir damit hinwollen. Auch die Folge zu Gerechtigkeit, die wir mit der Perspektive Selbstverwaltung aufgenommen haben, kann ich euch da in dem Kontext ans Herz legen. Ja, und zum Schluss wollen wir jetzt über den Punkt einen Ausbruch aus dem Teufelskreis sprechen. Und da stellt sich natürlich jetzt erstmal die Frage, ja, was meinen wir denn damit, wenn wir von dem Teufelskreis da reden? Und das, finde ich, ist was, was wir in sehr vielen Folgen schon angesprochen haben. Alle anderen Punkte, die wir jetzt angesprochen haben, sind eben welche, die sich auf diese Gesellschaft, für die wir kämpfen, beziehen. Wofür wir natürlich auch jetzt in jedem Moment streiten müssen, ist, dass wir wirklich diesen Weg hier in unserer Bewegung, in unseren Kämpfen ebnen. Denn wir wollen nicht uns dauerhaft in diesem Teufelskreis wiederfinden, von reinen Versuchen der Lösung innerhalb dieses Systems, einem stetigen Rückschlag, uns immer wieder doch dann in die Interessen von Staat und Kapital einbinden zu lassen. Sondern wofür wir jetzt mit diesem Podcast, mit Leuten auf der Straße, mit den Diskussionen in unserer Bewegung und auch mit dem Ausprobieren von neuer Strategie streiten, ist wirklich diesen Weg zu finden. Deswegen ist es ja auch so zentral, dass wir eben alle diese strategische, diese taktischen kleinen Debatten führen. Deswegen freuen wir uns natürlich auch immer, wenn ihr uns da so viel Rückmeldung gebt. Denn nichts ist wichtiger, als eben jetzt genau diesen Weg zu finden. Ja, und leider ist es eben nun mal so, dass wir Stichpunkt Teufelskreis uns oft eigentlich wirklich in einem Kreis drehen und noch nicht mal bewegen, noch nicht mal einen Weg eigentlich haben, sondern einzig und allein ankämpfen gegen also die ganzen Unzulänglichkeiten, die uns dieses System auf den Weg wirft oder auf den potenziellen Weg wirft. Ich denke, dass wenn wir klar haben, wofür wir kämpfen, wenn wir dieses Ziel vor Augen haben, wofür wir einstehen, dann können wir auch aus einer ganz anderen Perspektive uns überlegen, wie wir strategisch jetzt die Kämpfe gegen eben diese Unzulänglichkeiten auf der einen Seite führen, aber auch, wie wir eben diese Kämpfe führen und auch, wie wir klar machen, innerhalb der Gesellschaft, wohin wir wollen. Ja, und ich finde, dieser Punkt ist auch logischerweise einer der kürzten jetzt hier, da von dem, was dann dahinter steckt, natürlich auch einer der komplexesten ist, wenn wir uns eben diese Strategiedebatte angucken und auch diese Kritik eben an anderen Wegen, die wir als nur im System verbleibend oder teilweise sogar das System stärkend begreifen. Da möchten wir euch als Empfehlung einmal die 29. Folge zu unserer Kritik des Antifaschismus ans Herz legen, wo wir nochmal vor allem eben auf diese modernen Spielarten des Antifaschismus, es ist häufig auch liberalen, bürgerlichen Antifaschismus eingehen und warum wir denken, dass so wie der Zustand gerade der Antifa-Bewegung gerade in Deutschland ist, dass es so einfach kein wirklicher Weg zu einer sozialen Revolution ist, den wir da finden können. Außerdem noch etwas aktueller wollen wir auf die Folge 41 verweisen mit dem Titel Unmobilisierbare Linke. Eine Folge, in der wir über den linksradikalen und linken Umgang in Deutschland mit der Corona-Pandemie sprechen, die Versäumnisse von auch revolutionären Kräften und warum wir es gerade in dieser Frage so wichtig gefunden hätten, dort einen Weg hin zu einer sozialrevolutionären Perspektive zu finden. Ja, es gibt natürlich eine ganz, ganz große Menge an Teilbereichen, die wir hier unerwähnt gelassen haben, weil natürlich der Antichismus ein umfassendes Konzept für alle Bereiche der Gesellschaft ist. Der Antichismus betrifft alles. Er ist kein einfach singuläres Phänomen, was sich jetzt nur auf diesen einen Teilbereich bezieht, nur auf diese und diese Thematik stürzt, sondern der Antichismus ist eine grundsätzliche Weltanschauung, ein grundsätzliches Konzept, wohin wir mit der Gesellschaft wollen, wie wir diese Kämpfe dahin führen und er betrifft eben alles. Und wir haben natürlich dann zu diesen verschiedenen Themen auch ausführlicher gesprochen. Wir haben ja einige empfohlen und auch ansonsten könnt ihr gerne nochmal in andere Folgen davon uns reinhören, wo wir nochmal tiefer gehen. Wir werden auch in Zukunft nochmal genauer und intensiver über unseren Gesellschaftsentwurf sprechen und auch vor allen Dingen über den Weg, wie wir zu dieser anderen Gesellschaft kommen. Wir haben bis dahin eine Folge dazu gemacht. Das ist die Folge 26 zum Anarchokommunismus, wo wir, denke ich, ganz gut die Grundlage einer kommenden Gesellschaft beschreiben. Aber wirklich nochmal intensiv werden wir in dieser Transformationsstrategiedebatte auf den Weg dahin eingehen. Und das ist ja auch einer der Hauptwünsche, die ihr an uns habt. Aber es ist einfach super aufwendig und wir wollen es halt auch richtig vernünftig und richtig gut machen. Deswegen das tausendste Mal flüchten wir uns eben in eine Ausrede, dass es noch länger dauern wird, bis es kommt. Ich hoffe, dass diese Folge euch dann auch eine Antwort darauf geben konnte. Das, was wir oder vielleicht auch ihr als AnarchistInnen so häufig gefragt werdet, ja, was wollt ihr denn eigentlich? Dass davon ausgehend es dann auch Interesse einfach gibt, sich mit diesen ganzen Teilbereichen, mit den ganzen anderen spezielleren Kritikpunkten und auch dieser Ausarbeitung von diesen ganzen Sachen zu beschäftigen. Denn das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, das, was wir jetzt heute gemacht haben, ist keine Blaupause, das ist keine abschließende Analyse von den ganzen Sachen, sondern es soll einfach mal Anreiz dazu geben, sich mit diesen ganzen anderen Dingen genauer zu beschäftigen. Ich finde es ganz wichtig, sich am Ende des Tages, wenn man eben politisch aktiv ist, auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht anarchistisch organisiert seid und irgendetwas anderes macht, sich vor Augen zu halten, was ist es eigentlich, wofür ich hier mit meinem Aktivismus, mit meiner persönlichen Kraft streite und was ist es für eine Gesellschaft, für die ich wirklich am Ende des Tages kämpfe? Wir brauchen alle dieses übergeordnete Ziel, wir brauchen alle diese übergeordneten Werte, die uns Halt geben in unserem Leben, die uns eine Perspektive geben, wie es anders sein kann. Sonst agieren wir nur im Irgendwo, nur gegen irgendwas. Dann werden auch die Leute immer wieder sagen, und das ist ja auch so häufig in Straßengesprächen, dass halt die Leute sagen, ja, ist ja alles schön und gut, ich bin ja auch gegen Nazis oder ich bin ja auch gegen Umweltzerstörung, aber was willst du eigentlich, wo willst du eigentlich hin? Und selten können Leute dann wirklich nur darauf was Überzeugendes sagen und da müssen wir auch alle gemeinsam unsere Vorstellung ausarbeiten und darüber lernen, auch gut sprechen zu können und das auch für sich selber dann zu verinnerlichen und sich selber auch als Ziel vor Augen zu führen. Genau damit möchte ich mich dann von euch heute verabschieden und sage Glück auf. 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 Glück auf.